Emily in Paris star Lily Collins feiert Geburtstag in Japan. Ihre Fans hält sie mit Selfies über ihre Reise auf dem Laufenden. Die britische Schauspielerin Lily Collins feiert ihren 34. Geburtstag, 18. März, im Ausland, genauer gesagt in Japan. Von dort aus hält der Emily in Paris star seine FollowerInnen und Follower auf Instagram auf dem Laufenden. Los ging es für sie und ihren Ehemann, US-Regisseur Charlie McDowell, 39, demnach im Moomin Valley Park. Circa 40 Kilometer von der Hauptstadt Tokio entfernt, wie ihr erster Post zeigt, zu sechs Fotos, auf denen sie sich über mit einem schokoladigen Happy Birthday Schriftzug verzierte Pancakes freut, oder mit Moomin Figuren posiert. Schrieb sie, ich bin in Japan gelandet, wo mein Geburtstag in dieser Zeitzone ein wenig früher kam. Die Feierlichkeiten haben bereits begonnen. Erster Halt, Moomin Valley Park. Unter anderem gratulierte US-Schauspielkollegin Shailene Woodley, 31, unter dem Post, help pppppppp-py-birthday, wünschte sie der Tochter von Musiker Phil Collins, 72, nächste Station Tokio. Die nächste Fotoreihe zeigt Selfies von Collins und McDowell in einem Zug. Runde 2 zum 34. Geburtstag mit meiner ersten, schrieb sie dazu. Wohin es genau geht, hat sie noch nicht verraten. Doch ihre FollowerInnen und Follower sind sich sicher, Lilly in Tokio zu erkennen. Unter den vielen Gratulanten unter diesem Post findet sich auch die US-amerikanische Musikstar-Tochter, Sophia Richie, 24, auch sie schickt Happy Birthday. Und vier Emojis mit Herzchen in den Augen. Lilly Collins und Charlie McDowell bestätigten im November 2020 ihre Beziehung. Seit September 2021 ist das Paar verheiratet. Auch bald. Unsere Beziehung? Eine neue Kugel-Nylonung. Einige Kugel-Nylonung. Wir haben ihn mit, der bilateral είναι die Kugel-Nylonung. Wie bei der Kugel-Nylonung beschreibt. Die Kugel-Nylonung. Einige Kugel-Nylonung. Die Kugel-Nylonung ist die Kugel-Nylonung. Mit erörert. Amen. Amen.